Wenn du mal vorbeikommst, bis du den ganzen Weg hierher gehoben fühlst, ach was, ein bisschen Bewegung schadet doch nicht. Ich habe keine Lust, mich in der WG betrachtet zu langweilen. Dankeschön. Bitte. Danke. Andi ist an den Feldjägern abgeholt worden und Thomas wie immer im Arbeitsraum. Ja, es hätte mich auch gesundheit, wenn der ganz normal eingezogen worden wäre. Stimmt. Den Termin zu verbar sind, ist typisch Andi. Äh, komm. Wenn ich dieses scheußliche Teil nicht bald loswerde, kann ich nicht mehr die erstmal vergessen. Ja, besonders aufregend sieht er wirklich nicht aus. Warte mal. Oh, klappe Idee. Alexa? Hallo, Felix.